Lektion 114 Zur Wiederholung am Morgen und am Abend Ich bin reiner Geist. Ich bin Gottes Sohn. Kein Körper kann meinen Geist enthalten und mir Grenzen auferlegen, die Gott nicht erschaffen hat. Ich bin Gottes Sohn. 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 Was kann meine Funktion sein, Ich bin Gottes Sohn. 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 Vielen Dank. Ich bin reiner Geist. Zur halben Stunde. Ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren. Ich bin reiner Geist. Ich bin reiner Geist. Ich bin reiner Geist. Ich bin reiner Geist.